Hallo, ich bin Lukas und ich bin Part der ULTSquad. Derwe mal Luke, der mal außer ULTSquad. Also ja, das Adjektiv passt schon. Ich bin ein ganz lockerer Typ, ein ganz lebensfreudiger Typ. Die Beschreibung hat schon gut getroffen. Das ist teilweise auch Teil der Arbeit, Teil des Berufs. Dass man sich immer ein Bild von einem Torhüter macht. Wie gesagt, ich bin ein Bierliebhaber. Ich lebe mein Leben wie jeder andere Mensch. Ich habe für mich einen ganz normalen Beruf. Klar, vielleicht haben Leute eine Idee von mir. Aber normalerweise, wenn die mich kennenlernen, wird die Bild noch besser. Für mich auf jeden Fall nicht. Also das, was man auf dem Platz leistet, wenn man hart genug arbeitet und gut genug ist, wird man schon entdeckt. Da soll man sich keine Gedanken machen, ob man gut auf Instagram oder irgendwo anders auf sozialer Plattform aussieht. Ich würde auf jeden Fall erst mal ein Endturnier erleben. Also das heißt nicht ein Pokalzug für den Pokal. Da war ich schon privilegiert genug, dass ich das gewann mit Frankfurt. Und als Meisterschaft in der Bundesliga und Bundesliga wäre auch noch was. In den längsten Träumen. Als Fußballer oder als Torhüter bist du nie komplett. Und mich freut es einfach an, dass ich immer jeden Tag, jetzt zum Beispiel, haben wir wieder neue Ziele mit Champions League. Und darf man es auch erleben. Und dann kann man sich vergleichen mit den Torhütern da. Also tagtäglich finde ich genug Motivation. Ich will nicht aufhören, besser zu sein. Klar sagen viele, dass der Kraftraum ganz wichtig ist. Für mich war es nie mein Lieblingsplatz. Aber da kann man schon einige gute Sachen machen. Man muss nicht unbedingt alle größten Gewichte benutzen. Aber hier haben wir überragende Möglichkeiten. Zum Beispiel springen wir viel am Sandplatz. Das ist eine, was mir momentan sehr viel bringt. Außergewöhnliche Dinge, die man in der Kraftraum machen kann. Für mich ist immer eine Wichtigkeit. Die Wichtigkeit des Parades ist vielleicht genauso gut wie eine Parade selber. Also die wichtigsten Paraden wahrscheinlich sind, sogar wenn wir nicht gegen Darmstadt und Frankfurt noch ein paar gute Paraden gehabt haben. Das war ein richtiges Spiel über den Abstieg damals. Aber es war eine richtige Lieblingsparade. Anscheinend habe ich nicht genug gehalten. Wir benutzen es sehr viel. Ich weiß zum Beispiel, wie ich mich bei meinem Elfmeterverhalten habe. Oder wie die Stürmer sich verhält. Das ist schon ein ganz großes Thema. Davon kann man viel analysieren. Und manchmal hilft es sogar, einen ganz richtigen Ball zu halten. Heute ist es wahrscheinlich schwierig. Viele gute. Dann sage ich, Jan Oblak ist ganz gut von Atlético Madrid. Damals war es Casillas. Aber der musste leider mit seiner körperlichen Situation und hoffentlich geht es ihm gut mit seinem Herzen. Ich habe über Ursprung drinnen, wie oft. Ich mache die Farbe. Zum Beispiel jetzt, wenn die Schwarzen kamen, haben alle das geliebt. Also über so tagtägliche Sachen, was passiert im Fußball. Also normale Unterhaltung und zwei Männer. Als von Quadrataucoup bis zum Start nastriky. Bis zum nächsten Mal.